Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, La ilaha illallah Bald hast du die Möglichkeit mit uns, Hamdi, Harun und weiteren Speakern zu diskutieren. Die Themen werden folgende sein, Islam und Christentum. Dabei hast du jetzt nicht nur die Möglichkeit, in den Stream reinzukommen und mit uns zu diskutieren. Und das Ganze geht auch insbesondere an die Missionare, die tagtäglich Videos gegen uns produzieren. Wo seid ihr? Kommt in die Streams rein und diskutiert mit uns. Wir erwarten euch.